Ein Ford Transit Zustum steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Bind Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Da. U أنتم Knoton. Wirated Avanti in der Hälfte Position. duplic idolat峰. In der Hälfte nhưng lager. Da. 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 If. Vielen Dank.